Hallo und guten Morgen zum Herbsttag 5. Es ist ein Freitag und es pisst. Und zwar so richtig. Was sagt denn unser Glück heute? Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Alles klar, Leute. Wir gehen in die Mine. Also, wir haben das Totem, was uns zurück zum Hof bringt. Das heißt, wir können maximal lange unterwegs sein. Ich werde gleich alles noch rausschmeißen, was uns irgendwie im Weg sein könnte. Wir nehmen Essen mit. Und mal schauen, wie weit wir dann kommen. Das klopfen wir jetzt alles mal hier rein. Brauchen die Hacke nicht. Äh, die Axt brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur unser Schwert. Die Sense brauchen wir nicht. Die Angel brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Äh, eine Fackel behalte ich mal. Hallo Honk. Ja, du Süßer. Äh, Pfifferlinge. Und das ist nicht schlecht auf Verteidigung. Angriff. Plus drei. Ja, dann nehmen wir das mit. Und ein paar Totias. Würde ich sagen. Und dann ziehen wir auch schon los. Wundervoll. Guckt euch das an. Aber heute haben wir dafür keine Zeit. Wir ziehen los. Ab in die Mine. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich finde die Geräusche lustig, die ab und zu kommen, wenn es regnet. Dann schauen wir mal, was uns da unten erwartet. 65. Oh ja. Hello. Ihr habt Bock? Ich sehe schon. 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 So, dann kommen wir hierher. Uhu. Alles klar. Ich hätte jetzt gerne einen Durchgang nach unten. Wie wäre es damit? Das finde ich jetzt nicht nett, dafür, dass ich angeblich so viel Glück habe. Ist denn das zu fassen? Hallo? Haha. Endlich. Tschüss. Ah. 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 So, hallo? Yeah, Schleimi. Ich hab dich. Ich hab mir synchron gejammert. Aua. Oh, eine Winterwurzel. Hallo, Kledermaus. Ein bisschen Eisen. Ein Quarz. Noch ein Quarz. Noch ein bisschen Eisen. Kiste. Noch ein bisschen Schleimi. Und noch ein bisschen Eisen. Cool, cool, cool. War hier schon ein Durchgang, ey? Würdest du mir bitte nicht auf den Senkel gehen, liebe Fledermaus? Das wäre voll lieb von dir. Tschüss. Oh, hello. Hallo. Hallo. Was geht denn mit dir? Ich hätte gerne einen Durchgang. Echt jetzt hier auch, Kledermäuse? Ist ja nervig. Oh, eine Zwergenschriftrolle. Kann ich dem auch endlich mal was schenken. Ja. Okay. 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 Gut. Gib mir einen Durchgang. Aua. Äh, ich gucke hier immer so zur Seite durch, weil ich habe hier so ein kleines, äh, da. So ein kleines Läppchen stehen. Und, äh, dann sehe ich die Bildschirmecke nicht mehr. Hallo. Hallo. Ein Schattendolch. Gut, hallo. Au. Au. War ich. Einen kleinen Moment zu spät. Und noch eine Schriftrolle. Cool. Oh, könnt ihr mich nicht durchlassen? Ich kann mir noch keinen Durchgang selber bauen, ne? 99. Für eine Treppe. Ei, ei, ei. Was ist hier los? Ja, danke. Muss ich echt alle dafür... Ach ja, okay. Ich muss echt alle dafür fertig machen. Schattendolch. Cool. Äh, werde ich schön verchecken. Wenn du die Klinge ans Ohr hältst, hörst du den Schrei von tausend Seelen. Ei, ei, ei. 10 bis 20 Schaden plus zwei kritische Chancen. Was habe ich? 20 bis 29 Schaden. Da kann das leider nicht mithalten. Das kommt weg. Okay. Weiter geht's. Okay. Ich bin jetzt auf Ebene 69. Und hoffe mal, dass ich gleich einen wundervollen Abstieg nach unten finde. Oh, ist das Aquamarine da drüben? Ich brauche Aquamarine. Yes. Perfekt. Fürs Färbe-Bundle. Glaube ich. He, 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 he. He, he, he. Zerstörung. Oh. Was ist da? Hartholz. Ja, komm. Scheiß drauf. Ähm. Oh, da drüben ist Eisen. Nice. Das nehme ich noch mit. Und dann ab auf Ebene 70. Meisterschleuder benötigt Steine als Munition. Hä? Kann man nicht auch die Kirschbomben da reinklatschen? Oder war das nochmal eine andere? Das sind so Fragen, ne? Ähm. Ein Kupfererz. Scheiß drauf. So. Und jetzt werte ich mal, damit ich hier bald wieder Zeug sammeln kann. Das hier Essen. Jetzt habe ich auch plus drei Angriff. Für fünfeinhalb Minuten. Nice. Ah, nee. Die stehen wieder auf. Oh, hello. Ähm. Ja, ja, ja. Ein kleines Knochenstück. Knochenfragment. Naturgut. Was mache ich damit? Das sind so Fragen, ne? Keine Ahnung. Äh. Ich klappe das jetzt doch weg. und sammle dafür hier die gefrorene Träne auf. Gut. Gut. Amethyst. Haben wir hier noch? Ja. Fast. Hat sich nicht gelohnt, aber ist okay. 17 Uhr haben wir jetzt. Ja gut. Ich kloppe mal hier durch die Steinchen hier durch. in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass wir bald einen Durchgang finden. Ich will doch nur eine Leiter nach unten. Mann, ey. Ey, komm schon. Danke. Hm. Ich scheiß auf die Höhenkarotten. Au. 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 bloß weg hier. 74. Ist er ab 80, das, äh... Das Hitzeding? Wo man super viel Lava... ... und so Feuerquarz findet und so? Oh, ich glaub schon. Na, komm schon. Ich will doch nur nach unten. Ist ja so cool, wenn wir das heute noch auf 80 schaffen würden. Ping. Oh, hello. Oh, hello. Das waren also noch nicht die, die sich, äh... ... die man noch wegpomben muss. Den würde ich eigentlich schon gern mitnehmen. Hmm. Hehe. Hehe. Das ist irgendwie witzig. Okay, runter. Was haben wir denn da? Na komm, weg damit. Danke, darauf hatte ich gehofft. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Oh, schon wieder low energy hier. Ja, essen. Ja, essen. Oh Gott, das reicht erst mal. Komm schon, ich brauch ne Leiter. Oh, halt die Klappe, dich will ich jetzt nicht. Komm schon, ich brauch ne Leiter nach unten. Ich bin noch auf die 80. Komm her, Flerons. Gib mir ne Leiter. Oh, komm schon. Es wird spät. Yes. Feuerwandlerstiefel. Geil. Äh. Und ein Knochenschwert. Wow. Au. Komm, weg mit einer mit der Schattendolche. Okay. Dann würde ich sagen... Gehen wir zurück. Ebene 80. Richtig. Richtig gut. Robin ist aber noch dran. Okay. Dann nehmen wir die hier noch raus. Haben wir noch was? Zum Ernten? Ne, sieht nicht so aus, ne? Gut, gut. Senfkohl. Cool. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Äh. Hier haben wir nichts. Zwei eins. Oh, drei drei. Das ist ja richtig nice. Richtig gut. Okay. Äh. 20, 30. 22 bis 29. Plus 1 Verteidigung. Ein sehr leichter Teil eines geschärften Knochens. Nice. Ja, ich muss auf jeden Fall... Was mache ich mit dem Knochenfragment? Ich habe keine Ahnung. Naja. Oh, ich hätte dem Zwerg vielleicht noch sein Zeugs geben können. Naja. Ich kloppe jetzt erst mal das da rein. Das kommt raus. Einmal so. Die Meisterschleuder. Ja, ich muss echt mal gucken, was ich damit mache. Äh, das ist okay. Das geht zurück. Gut. Gut, gut, gut. Dann schauen wir uns mal den Wetterbericht für morgen an. Es regnet morgen auch den ganzen Tag. Ja, gut. Dann können wir ja Zeugs erledigen. Ein bisschen organisieren. Oh, Kampfstufe 4. Neues Herstellungsrezept Kriegerring. Plus 5 LP. Ja, nice. Minenarbeitsstufe 5. Wähle einen Beruf. Minenarbeiter plus 1 Erzprovene. Oder Geologe mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Oh. Hm. Hm. Ich nehme den Minenarbeiter. Der wird mir, äh, in Sachen Bautechnik und so eher nützen. Oh, ist das cool. Ähm. Genau. Dann beenden wir hier die Folge und machen dann am nächsten Tag weiter, was ein Samstag ist. Im Herbst. Und es pisst. Bis dann. Bye, bye. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.